Die Information zu dem B2857 nach München-Hausbahnhof über Nürnberg-Hausbahnhof, Abfahrt 13 Uhr Gleis 10, heute zur Straße zwischen Schäfer und von Gleis 3, direkt gegenüber. Ich wiederhole, IBE 2857 nach München-Hausbahnhof über Nürnberg-Hausbahnhof, Abfahrt 13 Uhr Gleis 10, heute von Gleis 3, direkt gegenüber. Information zu IBE 623 nach München-Hausbahnhof über Nürnberg-Hausbahnhof, Abfahrt 13 Uhr Gleis 10, heute circa 40 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur an der Oberleitung. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu IBE 622 nach Frankfurt am Mainhof, Abfahrt 13 Uhr Gleis 10, heute von 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 Gleis 10 und heute von Gleis 10, heute von Gleis 0, 8. Grund dafür ist eine Reparatur an der Oberleitung. Wir bitten um Entschuldigung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.